Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Ah, ich wurde umgedehnt. Ich wurde umgedehnt. Oh nein! Das Bier war noch gar nicht wieder da. Können wir gerne mal ein erstes Bier holen? Bei mir kommt kein Bier mehr. Vielleicht hast du zu viel davon abgeholt. Oh, ich würde massig überfahren. Es geht doch nur über die Steuerung, oder? Genau. Nein! Ihr könnt das Bier auch von woanders holen. Also ihr müsst nicht unbedingt das holen, das bei euch steht. Okay, aber das ist ja der kürzeste Weg. Nein! Ja! Nein! Nö! Natsch, scheiße war das blöd von mir. So, Frankfurt. Natsch! Band 3! Nö, konzentration jetzt. Boah! Turboku! Los, wir! Boah, das ist die Kirschnecke! Boah! Ja, das ist für mich. Das sind die ganze Spiele auch spielen. Ja, das ist doch... Das ist doch nicht der Wahai von dir. Das gibt's hier... Wenn du verdammt hast, hast du verdient. Oh, äther Julian, sehr unglaublich.